schön kukuma t gut für man halt der immer noch nicht wirklich perfekt ist die erkältung hält sich hartnäckig und wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger auch eine geile tasse die hat schon richtig stil die hat mehr stil an manche lassen bis gleich hey freunde moin aus hamburg hier ist der freien stock der einzig wahre freien stock ich hoffe ihr seid gesund es geht euch gut ja heute ja meine tüfte der woche die zeit läuft die tüfte der woche stehen schon wieder an und wir fangen auch gleich mit montag an und zwar sahne mu muss sahne mumus 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 na komm ernsthaft jetzt montag mont blanc individuell ja musste ich einfach wieder tragen sehr geil fruchtig süß ähnlichkeiten zur original zenthal von creed beziehungsweise es ist der duft zwilling oder beziehungsweise creed ist der duft zwilling von morgen morgen als erstes rausgekommen ist sehr geil hier ist nur erst ein bisschen süßer als der creed und vielleicht minimal synthetischer hält aber auch so seine sechs stunden eben ist gucken jeder bett ist hier das ist fürchterlich er wurde eingestellt es ist noch so viel restbestände auf dem markt und da ein batch hier im batch immer wieder das neue aber ein sehr geiler duft noch mal hat keine ähnlichkeit mit job arm wer das immer sagt ich weiß es nicht was da los ist mit euch aber sehr sehr geiler duft montag so dienstag kommt ein männer duft das biest außer grauen flaschen zwar labidus pur arm da muss man eigentlich nichts zu sagen das wird jetzt nicht jedem gefallen aber das ist ein ein animalischer würziger duft ein bisschen frisch im hintergrund aber sonst absolut power 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 aber so ein geiler duft und der riecht einfach genial leider wurde hier von der power auf jeden fall was weggenommen das ist wieder ein neuer batch ich kenne noch den vor drei jahren der war auf jeden fall weit stärker weit stärker hier haben sie sondern gefahren aber trotzdem reicht ist es reicht er ist stark und wie gesagt animalisch würzig frisch so ein bisschen und was heißt ein bisschen old school vielleicht animalischer barbershop duft sage ich ja immer also der hat schon was labidus pur arm ja sehr geil am dienstag ja mittwoch habe ich ihn getragen die biene von zur logic und zwar b ja wenn ihr einen richtigen honig duft sucht das ist eigentlich so wie kaffee duft suchen dann holt euch diesen duft hier das ist wie außer honig war das ist richtiger honig süß honig honig süß so mehr kriegt ihr dann nicht mit starker hardcore performance und auch haltbarkeit das ist von aller feinsten das ist der beste honig duft er war wirklich das ist es ist rein star honig so ist das natürlich hat das seinen preis aber absolut genial nachgemacht das ist noch einer der guten so langsam ich meine die sind alle gut aber die neuen er geht um bisschen jetzt ins main streaming rein was mir nicht gefällt ich habe das auch victor won gesagt habe mit ihnen kontakt und ich finde das schade ein bisschen weil diese dürfte oder so logic hat das ausgemacht einzigartig zu sein aber er ändert das jetzt natürlich hat das auch rechtliche sachen mit den neuen dürfen warum die geändert worden sind übrigens es nicht einfach so nur einfach nur so ja ich ändere jetzt den dürfen nein das geht um rechtliche weiß ich was da genau passiert ist auf jeden fall muss er die oder einige dürfte ändern jetzt die dürfen auch nicht ähnlich sein wie die einen zum beispiel da komme ich jetzt nicht drauf das wollen jetzt da kommen jetzt neue dürfte die auf jeden fall die schon mal gaben die wollen die werden jetzt verbessert oder beziehungsweise die riechen ganz anders das hat aber rechtliche sachen so aber trotzdem geht er ins mainstreaming rein und das finde ich schade dieses hier dass der letzte wo ich sag genauso wie squid noch der noch wieder was einzigartiges hat und davor die braucht man gar nicht kämmel t-rex sie sind einzigartig aber das wird es jetzt nicht mehr geben auch den neuen den ganzen neuen mask dir glaube ich kenne ich noch nicht aber wer geht dann auch wieder in richtung die man schon kennt ich habe gehört von der geht in richtung zurtschaft ich weiß jetzt nicht welche ich glaube alexander drei wenn das stimmt stimmt ja er hat immer dürfte gehabt die kannte man noch nicht die hat man noch nie so vorgerochen jetzt ja schade es ist wirklich schade und ja was soll ich sagen ich finde ich persönlich finde es sehr sehr schade ich habe das auch gesagt ich hoffe dass das auch mal wieder was anderes kommt also wirklich wirklich was strange ist sag ich mal so und weil das hat ihn ausgemacht kommen t-rex wer t-rex kennt weiß von was ich rede das ist ich hab den auch das ist strange so das gibt es so nicht oder was auch immer moth die motte die riecht wirklich wie motten kugeln das geht im endeffekt in die motte das ist hier b und die moth riecht sowie b of gothic also wenn hier b auf gothic ist ist schon geil und ja das gibt es aber nicht mehr und das finde ich sehr sehr schade so ich will mich jetzt auch nicht die geschichte darüber jetzt ja so ein bisschen ja wird noch mal ein video machen für die leute die fragen über zur logic collection ich habe nicht alle ich habe sechs aber ich habe alle proben das heißt es wird mal ein großes video kommen schreibt mal runter ob euch das interessiert ist natürlich immer schade wenn nur die hälfte der nur noch zuguckt es sollte auch die anderen mal zukommen weil das auch viel arbeit ist vor allem viele fragen und dann sehen sie es nicht also logic das mache ich nicht einfach so das wird ein großes video werden dann sagt man mich halt so montag dienstag mittwoch donnerstag habe ich noch mal das schwarze biest getragen zwar lapidus black extreme so das ist im endeffekt animalisch süß so da ist an anfang schon wie hier animalisch aber dann kommt hier die süße hier ist es ja frisch und bleibt animalisch so oldschool hier wirklich die süße nach einer anderthalb stunden fragte der ist noch stark der ist da also der ist stark geblieben gegensatz zu ihnen hier ist die fragt man sich was kommt immer hier so süß ist und dann denkt ach mensch ich habe ja den duft weil er anfang wie gesagt animal ist und dann sich ändert in süß und animalisch ab und zu kriegt man das schon in die nase sehr sehr gerne sie die beiden dürfte kosten nicht viel lapidus ist schon richtig geil richtig geil ja so freitag habe ich einen duft getragen ja ein duft wo der flakon aus leder besteht und zwar teri mögt das außer im reihe und zwar die sogenannte black letter oder letter edition sie ich wie ich das immer so schön sagen ja das ist im endeffekt amen mit leder ist ganz schwer zu bekommen hat aber was so ein bisschen ihr müsst euch das so vorstellen das leder hier mit der amen der verein riecht so ein bisschen am anfang wenn es aufsprüht wie druckerschwärze wenn ihr eine zeitung umblättert so müsst euch das vorstellen hat schon was ist für mich jetzt nicht der beste aber hat stil und ganz schwer wie gesagt sie sind alle sehr sehr schwer zu bekommen inzwischen aber ich habe wie gesagt alle flanker der gefällt mir auch ich trage ihn selten weil das ist leder ihr wisst ja ich und leder aber das hat schon stil und kommt wirklich sehr sehr gut so samstag kommt ein duft der elegant ist alt ist nicht für jeden weg ich da kriegt man weg das old school zitrisch allerdings auch pudrig und ich komme zu meinen das eigentlich ist es fast der beste von der markt von gelern wie ich immer so schön sagen zwar habe ich ruhig so das ist nicht für jeden aber das ist ein so genialer also wenn es um wirklich um zitrische düfte geht ist er eigentlich meine nummer eins so ich hatte ja letztens so geschwärmt von den moustache 1949 ja ist aber das hier ist einfach anders die pudrigkeit das ist so ein richtiger als wenn du wirklich mit deinem pferd unterwegs bist reitest früher so du musst geld haben und so weiter das ist luxus in flakon wirklich das ist luxus in flakon man merkt logischer weise den alten touch das muss man mögen das ist das heute für led ich kenne auch das heute parfüm ich finde es jetzt nicht unbedingt großartig besser aber das beziehungsweise ich fand es glaube ich auch gar nicht ich fand schlechter das auto toilet ist wirklich sehr sehr nice hält ewig hält lange ist stark und ja das ist absolut ihr müsst euch das vorstellen dass ihr merkt dieses zieht ist schon dann gleich pudrig was hinten rankommt so was die damen früher auf wenn ihr das wisst was ich mein so sie also der ist schon geil also habid rouge hat stil und speed wie ich immer so schön sagt ja wirklich geil also kann ich nichts anderes zu sagen so auf den sonntag habe ich lange nicht getragen kommt für mich der beste quid duft ich habe gehört er wurde auch reformuliert das heißt er ist nicht mehr so wie früher ich bin froh noch um einiges hier drin zu haben in dem 75er flakon das ist noch der 75er flakon zwar redig von royal und so also mit abstand der beste quid duft leute das ist schon das ist erstmal männlicher duft so dann minimal minimal unten also keine panik für leute die auf gut gar nicht klarkommen minimal aber dann das pfeffrige als wenn so ein bisschen tabak auch pfeffrig tabak im hintergrund ist absolut genial und dann so minimal und aber so sehr frisches und das gar nicht also wow also diese version wow es gibt nichts besseres was quid natürlich ist das geschmackssache leute es ist geschmackssache aber für mich absolut best gibt nichts besseres also da muss ich auch gar nichts mehr zu sagen jedes mal wenn ich dir vorgestellt habe ich werde den hüten hier zum beispiel was ich dir was ich euch ja schon mal gesagt habe die qualität ändert sich hier nichts das ist auch 2015 16er version den aventus zum beispiel habe ich 215 gekauft aber da wird die qualität umso länger und so älter ist schlechter hier bleibt das richtig nice als wenn er neu ist und absolut geil royal ut sagt mir nichts dass die anderen besser sind das ist der wahre king bei quid jedenfalls zu der zeit wenn wo die alten badges noch auf dem markt waren ja leute das waren meine dürfte der woche ich werde noch mal mir ein schluck genehmigen von den kurkuma tee aus der geilen tasse die auf jeden fall mehr stil hat als ok dass wir das spaß macht gut und beim nächsten mal sehen wir uns wieder frisch im mund dann bleibt gesund fregenstark fregenstark